probiere ich auch mal diese laser schwerteil aus kommt er auch zu einem waypoint ja wie kurz ich bin irgendwo oben ja dann die hörst du auch auf einem minima, siehst du doch den weg ich eile die kann nickel geben munition na toll, ich muss einen anderen weg suchen, da kann ich nicht lang hier lang ach bin ich auch untergefallen ah jetzt habe ich sie gefunden hier hier unser boss Wo seid ihr? Dein Boss Ich bin ja auch bei, glaube ich, einem Boss Nein, Hilfe eh nicht, wir kriegen ja auch los fertig Auf der zweiten Schwierigkeitsgrad ist es irgendwie Pisse einfach Ich weiß nicht, mit meinen zwei Bossen bin ich hier ganz gut verdient Horst, was hast du da gemacht? Du musst noch ein bisschen in den Hof stellen hier Ich weiß nicht, ich wollte mal kommen Ja, ich bin hier, warum kommst du noch nicht mit? Wie kann sie hier nur verlaufen? Na, weg ist er Boah, ich muss unbedingt hier Skill-Punkte verteilen Bin ich hier Da ist ja noch einer Oh, irgendwas Goldenes Eine Brandsäle Waffen-Upgrade Wie geil Hinter uns Elementar-Seele des Räubers Elementar-Seele des Räubers Ich habe auch schon so viel Scheiß wieder gefunden Ich muss auch mal erstmal hier alles upgrade Ich habe auch schon so viel Scheiß wieder gefunden Ich muss auch mal erstmal hier alles upgrade Ach, geil Ach, geil Es was da ist Ich habe auch nicht mehr Ich habe auch schon aufgefangen Ich habe auch noch eine Ich habe auch schon aufgefangen das ist ja Ich habe auch schon Ding Das ist ja Maa Ich habe auch schon mal Das ist ja ich kann ich kann alles auf feuer ging es hier machen Wandseele, Wandformen WC hast du schon alle Slots belegt, Lennart? bei den Waffen, ja aber mehr oder weniger gute Sachen also ich hab mal die besten eigentlich eingebaut und das ist so irgendwie ein bisschen passt halt ja ich versuche jetzt auch ein bisschen drüber zu fliegen aber ich sehe gerade, ich kann ja noch wie kann man kann man diese, 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 diese Sachen auch wieder, diese Slot an eine Waffe entfernen? ja rechte Taste drauf meine ich bitte? rechte Taste drauf glaube ich ah, yo, alles klar, cool, cool, cool oder wenn du halt mehr einbauen willst als drei du kannst ja aus verschiedenen Menüs die Sachen einbauen dann, äh, muss eins aussehen was, was du austauschen willst halt ja ich seh schon irgendwie, äh, Feuer kann ich hier zum Beispiel auch ganz ehrlich, das ist echt ein bisschen so produziert ist es auch nicht, das ist aber in einer Zeit raus, also ich find's auch nicht ganz cool gemacht ja ich hab's schon anfangen ist auf jeden Fall so jetzt hab ich diese wir müssen auf jeden Fall gleich die ganzen Sachen erstmal einsammeln, ich glaube die Bosse haben wir fast alle gekillt schon, nur weil du oft nicht dabei warst, liegen die Sachen da noch oben, diese Quest Items die Kapazität mehr Spieler Upgrade Platz mehr Spieler Upgrade Platz kann man so 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 Chance auf kritischer Treffer Chance auf kritischer Treffer ich hab vier Skill-Punkte ach, die werden ja wieder proportional höher, ne ach, die werden ja wieder proportional höher, ne ich mach noch eben hier eine Revolver und dann können wir weiter machen ach, ich trottel ach, ich trottel Da ist aber ein extrem großer Rollenspiel, äh. Ist halt so wie Borderlands oder sowas. Du hast ein paar aktive Skills noch, dann kriege ich erstmal Borderlands auch. Aber wie gesagt so, das ist, äh, egal, Alter, mein Schwert, das verbringt jetzt alle immer. Ja, meine Schrotwinter macht er für den Feuerschaden. Toll, gerade mit dem Upgrade fertig und wir werden Skillpunkte erhalten. Ah, hier ist eine Truhe. Ja, aber hier oben auch. Äh, wieso wird mir hier Geld angezeigt, wenn es kein Geld... Achso, doch. Oh, Banner. Oh, Banner. Oh, Banner. Oh, Banner. Hm. Komm mal in der Ruhe. Oh, ich bin wieder das gleiche wie gerade. Mein Bild ist einfach schwarz. Nee, echt jetzt? An derselben Stelle? Naja, ist das gleiche Level. Na, ich komme sofort wieder rein. Ja. Wie weit bist du denn jetzt eigentlich davon entfernt? Wovon? An der anderen Stelle stand. Ich habe das Level noch gemacht. Komm mal zu mir, ich habe mein Geheimnis gefunden. Äh, wo ist denn der Deluxe-Streak? Ich bin in der Höhle drin. Oh Gott, auch nicht finde ich das noch. Na, hier sind ohne Ende Gegner. Ach da, Höhle, ja. Lädst mich nochmal ein? Ja? Boah, ja, ach da. Äh, Wundersliste. Boah, die Schrotwinde macht so übel Schaden. Ich gehe mal den Wegpunkt weiter, ne? Hast du die ganzen Sachen schon eingesammelt? Ja, ein paar Sachen. Beide Phi認eten. лайk. Boah, ja. Bitte. Bitte. Ich habe einen Glückskeks gefunden. Ich habe einen Glückskekson. Ich habe einen Glückskekson. Ich habe einen Glückskekson. Das müsste ja irgendwo ein Symbol sein. Was war das nochmal? Ähm, ne, was war die Karte nochmal? Hast du rechts oben? Nein, ich meine die Mission. Ja, ich hab keinen Wegpunkt mehr, ich weiß nicht wohin. Ach, wir können zurück, ne? Ja, genau, wir müssen uns einfach zurück telefonen. Mit T. Was war das? 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 Cool. jenen aus ausrüsten sie gerne wegnehmen das muss ich ja wegnehmen was wegnehmen von den waffen kannst du nur acht auf einmal haben und schweißen sie gerne wegnehmen ich bin zack 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 Wieso ist das denn dann rot?